Ich möchte behandelt werden, als wenn ich nicht behindert wäre. Denn auch Nichtbehinderten wird geholfen, wenn diese Hilfe benötigen. Aber da wird wenigstens um Erlaubnis gefragt. Nichtbehinderten werden wie selbstverständliche Wege frei gemacht, ohne dass dies groß gefordert wird. Nichtbehinderten werden nicht nach dem ersten Augeschein beurteilt, ob der das kann. Und Nichtbehinderten werden direkt und persönlich angesprochen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020